Morgen, grüßt euch, servus, da ist er, Herr Weidler, jetzt momentan noch aus dem Gearbunker, bin gerade dabei, meine Ausrüstung zum Packen und dann starten wir, Kajak ist schon auf dem Dach drauf und werden wir jetzt einmal die Kajaksaison starten. Heute schaut so aus, als wenn die Sonne nicht rauskommt, also es schaut jetzt gut aus draußen, es ist richtig hell schon, wir haben eine 6 Grad Außentemperatur und das ist perfekt. Ja, ihr merkt es mit Sicherheit, dass irgendwas anderes ist, genau, die Kamera ist anders, ich habe jetzt eine andere Kamera dabei und zwar ist das meine Kamera aus dem Mitgliederbereich, meine Vlog-Kamera, meine GoPro 9 Black und mit der Firmenheide. Ich habe es schon einmal angekündigt in einem Video, dass ich hin und wieder einmal so eine Art Vlog-Video machen möchte, wo ich einfach diese kleine Kamera mitnehme und mir und ihr könnt es wieder begleiten, könnt es einfach mit der Beißer ein bisschen mit der Kopfkamera, dass ihr eine andere Perspektive auch messet und das werden wir heute einmal ausprobieren, wie euch das gefällt. Es ist also so, das wird jetzt hin und wieder einmal mit eingebaut, ich sage jetzt einmal einmal im Monat vielleicht so eine Tour begleiten mit einer GoPro 9, einfach ein kleines Stativ und eine Halterung für den Kopf und dann sieht man das Ganze einmal aus einer anderen Perspektive, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Buschbox mache und so und das Kochen oder das Aufbau, dann sehen wir das. Und da bin ich einmal gespannt, wie euch das gefällt. Schreibt es einmal in die Kommentarfunktion ein. Ich freue mich drauf, wir haben jetzt schon ein bisschen im Mitgliederbereich da ein bisschen ausgetobt, die wissen schon, wie das ungefähr abläuft und ja, da freue ich mich jetzt drauf. Wieder zu sagen, ich mache mir jetzt die Kopfkamera drauf und dann werden wir hier ein bisschen Ausrüstung zusammensammeln, werden in den Fall mitnehmen, ein bisschen rumpadeln heute, ein bisschen was kochen draußen, ein bisschen Feuermacher und so und da können sie mich jetzt beleiten. Also viel Spaß dabei. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Hier habe ich meine Schwimmwesten, habe ich schon länger nicht mehr abgehabt, die ziehen wir jetzt einmal an und ihr seht hier so im Spiegel drin, so schaut das dann ungefähr aus und jetzt werden wir uns hier noch ein bisschen Ausrüstung zusammensammeln. Dazu brauche ich natürlich hier meine Drysäcke, habe ich auch verschiedene, da nehmen wir mal zwei mit. Und da werden wir die ganze Ausrüstung reinschmeißen, das ist aus der 35 Liter Bag von Helicon Tex und ihr seht hier meine Ausrüstung, da nehme ich natürlich ein bisschen was mit und auch hier die Bushbox, da werden wir es ein bisschen einpacken, ein Messer brauchen wir natürlich dazu und eine Pfanne, werden wir ein bisschen was machen heute draußen, eine Kleinigkeit, da reicht mir aber hier diese kleine Pfanne hier. Ich hoffe, ihr seht es auch schön. Also ich habe jetzt hier die Kamera, ich kann es noch ein bisschen runter drehen, dass das besser seht es. Genau, dann werden wir hier ein bisschen Ausrüstung, ich habe Wasser dabei. Ja, das Wichtigste, was man so braucht, ein bisschen für draußen, nehmen wir mit, dann hier ein Licht, nehmen wir auch mit, das nehmen wir nicht mit, das brauchen wir nicht. Da haben wir dahinter und mein Messer. Was brauchen wir noch? Ein Schneidebrett nehmen wir natürlich mit zum Kochen und diesen hier brauche ich auch noch. So schaut es da bei mir aus. Ihr seht es. Taub, wie ich heute nicht brauche, wie es ausschaut, aber mir können wir sicherheitshalber mal dieses kleine Taub hier mitnehmen und mehr brauchen wir eigentlich auch nicht. Hier habe ich mein Paddel, das nehmen wir mit. Ja, das ist ein bisschen so die Ausrüstung, wo ich heute mitnehme, Feuerzeug nehmen wir auch mit oder brauchen wir nicht. Handy nehmen wir auch mit. Ja, ich hätte sagen, eine kleine Säge, nehmen wir sicherheitshalber einmal mit hier, die kleine Säge und nehmen wir ein kleines Ball mit, nehmen wir das Hutterfass mit heute. Und ja, das war es dann eigentlich schon. So, außerdem habe ich hier noch ein paar Akkus mit dabei, klar brauche ich viel gekauft und ich nehme meine kleine Drohne mit, die DJI Mavic Mini, weil ich einfach beim Kajakfahren sehr gerne Drohnenaufnahmen mit mache, weil es einfach richtig cool ausschaut. Ja, jetzt würde ich das Ganze hier wasserdicht verpacken. Kann ich übrigens einmal schnell sagen, da haben wir mir einen Packsack gekauft, 14 Euro beim Aldi. Das ist schon drei Jahre und bin hoch zufrieden damit, also die sind wirklich nicht schlechte Teile hier. Kann mir jetzt echt nichts sagen. Okay, dann packen wir ein und dann sehen wir uns im Auto dann demnächst. Ja, dann herzlich willkommen an Bord vom Backpacker Olderness Auto. Ich bin ja nicht mehr mit dem Chimney unterwegs, das wisst ihr ja. Und ich werde euch das Auto einmal irgendwann vorstellen, aber es ist auch nicht so wichtig, weil wichtig ist, dass wir alle im Wald rausgehen und in der Natur, in dem Fall zum Kajak fahren. Ja, wie gesagt, diese Einstellungen kennen meine Kanalmitglieder da sehr gut vom Vlog-Bereich her. Und habe jetzt ein paar Kilometer vor mir, nicht allzu weit und würde mich heute langsam wieder einmal herantasten an das Ganze zum Paddeln. Ich war das ja noch gar nicht, muss ich gestehen. Aber es geht jetzt wieder los und ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, jetzt feiern wir jetzt echt drauf. Und ich hoffe, dass euch das gefällt. Mal so ein Vlog-Extra quasi. Und ich werde das auch hin und wieder einmal machen. Auch einmal auf einer Bushcraft Tour. Wenn ich unterwegs bin im Wald draußen, ist das mit Sicherheit auch einmal ganz interessant für euch, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das ist cool. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann draußen. Wenn ich mein Auto abstelle und das Kajak runternehme, dann würde ich noch alles einpacken und habe ein bisschen was dabei. Lieber zu viel wird es wenig. Wisst ihr, wie es ist. Die Ausrüstung haben wir immer dabei und man weiß nicht, wo es uns da alles erwartet. Und jetzt freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ich habe alles dabei. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Ufer von der Donau. Ich bin an der Donau unterwegs heute. Und bis dahin. Wird euch dabei. Und bis gleich. So. Ich bin jetzt langsam startklar. Ich werde hier meine ganze Ausrüstung verstauen. Da habe ich ja viel Platz drin. Und auch hier das Wasser. Machen wir alles da hinten rein. So. Was jetzt einmal noch ganz wichtig ist, es sei, Paddel zu sichern, wenn wir kentern sollten. Ich bin jetzt auch nicht so ein geübter Kajakfahrer. Mir ist zwar so noch nicht passiert. Aber ich habe es gern gesichert. Mit einer Fangleine. Und fertig. Und dann würde ich sagen, geht es da nach vorne. Ja. Wie ihr es da erkennen könnt, bin ich hier in einem schönen Altwasser. Und da drüben, auf der rechten Seite, wie ihr es sehen könnt, ist die Donau. Hier. Da ist ein Zufluss quasi. Da geht Donau rein. Und wir werden uns jetzt gleich einmal vorne diese Sandbank bzw. Kiesbank anschauen. Weil, schau einmal, das möchte ich mir gerne wieder einmal anschauen. Das ist schon zwei Jahre her. Das letzte Mal war da drei Jahre. Und dann werden wir einmal die Insel da drüben rumfahren. Ich will nicht draufgehen, weil da sehr, sehr viele Vögel sind. Das seht ihr. Sehr viele Neste von Reiher. Kormorane. Verschiedenste Enten. Graugänsen. Und was weiß ich, was da alles drauflebt. Aber das schauen wir uns dann auch einmal an. Da fahren wir einmal rundherum. Und ihr seht ihr da vorne, auf dieser Kiesbank sitzen schon einmal sehr viele Enten. Und das schauen wir uns jetzt einmal ein bisschen genauer an. Steigen wir einmal aus und gehen einmal da rum. Ihr seht ihr da hinten jetzt, meiner rechten Seite, sind sehr große Frachtschiffe unterwegs immer auf der Donau. Da muss man ein bisschen aufschauen. Da kann ich euch den Rat geben. Dass man doch am Anfang ein bisschen woanders fahren sollte. Und wenn man dann leicht geübt ist, kann man da an der Donau fahren. Aber man muss wissen, die Strömung, man sieht es hier, ist ziemlich stark teilweise. Und auch diese Wellen, wo diese Schiffe machen, gerade in Ufernähe, sind nicht zu unterschätzen. Aber das wisst ihr ja eh selber. Auch Donaumöfen sind ein Haufen da. Also es ist ein regelrechtes Paradies für Wasservögel. Und jetzt schauen wir auf diese Insel hier. Die ist wieder komplett vermüllt, wie man sieht. So, unsere Kajakkammer an Land. Die Sekts da drüben. Sehr, sehr viele Wasservögelleben da. Sehr schön. Wäre ja hier wirklich ein schöner Platz für ein Lager einmal. Wenn die ganze Brutzeit jetzt dann vorbei ist, könnte ich da einmal noch da bleiben. Das schaut sehr cool aus. Und ich habe jetzt auch gerade ein weiteres Nest entdeckt. Und zwar hier. Ich hoffe, die Sektsische. Das ist vorhin eine Gans. Das sind schon ganze Eier. Wer jetzt weiß, ob man es essen kann, schreibt es einmal in die Kommentarfunktion. Das würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Kann man es essen oder nicht. Hier drüben ist eine Bachstelze. Und da sieht man jetzt einmal die ganze Naturgewalt. Wenn hier Hochwasser ist, dann geht das alles da rauf. Man findet da so schöne Muscheln hier. Plusperlmuscheln, glaube ich, sind das. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber die liegen hier überall rum. Die finden wir auch oft an der Nahe, wo der Regen bei mir. Ja, so schaut das da aus. Ist eigentlich wirklich ein schöner Platz einmal für Übernachtung hier. Schön gerad. Also gefällt mir wirklich gut. Und würde ich sagen, fahren wir jetzt einmal um die Insel herum, schauen wir uns das einmal an. Und da geht es noch weiter hinten. Da sind auch noch ein paar schöne Hotspots, wo man anschauen möchte. Und dann sehen wir uns wieder am Wasser. Hier kann man auch wieder ganz schön sehen, wie die Natur, die Gewalten hier arbeiten, dass das da alles anspült. Also man sieht, die Donau ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und da oben, die sind lauter Graureiernester. Ihr seht das, wie sie rum bringen. Da sind ganz, ganz schöne Vögel und riesengroß. Ja, da könnte man schon rauf gehen hier. Aber ich würde das nicht machen. Wird aber hochinteressant. Das würde mich sehr interessieren. Und man sieht auch hier, wie das Wasser hier arbeitet. Und in ein paar Jahren wird diese Insel nicht mehr da sein wahrscheinlich. Sehr schade, dass das so enden wird. Man sieht, das ist schon einmal verstärkt worden mit Beton und so. Dass man gegen die Wellen arbeitet, wo diese Schiffe machen. Und die machen ganz schön fein kaputt, diese Schiffe und die Ufern. Also hier kann man auch rauf gehen. Aber wir werden es nicht machen. Wie gesagt, mich würde das interessieren. Und da oben sitzt auch eine Graureier. Wirklich schön. So, wieder mal andere Perspektive. Und ich würde jetzt meine Mützen einmal runternehmen. Ich werde nämlich jetzt ganz schön warm schauen. Und da ist jetzt diese Insel. Auf der linken Seite von mir. Die Fischreiher sitzen schon wieder oben. Und die Graureier. Da hinten ist es auch an. Die schauen wir uns auch mal an. Dann fahren wir weiter Richtung Osten runter. Und schauen wir uns das ganze Ufer runter. Da werden wir uns einen schönen Platz suchen. Und ich versuche dann auch einmal schön Drohnenaufnahmen noch zu machen. Im Laufe des Tages. Weil das bietet sich natürlich hier wunderbar an. Und ja. Jetzt muss ich mich erst einmal ein bisschen treiben. Bei dieser Fischreiher da. Und das ganze zu genießen hier. Diese Ruhe. Diese Sicherheit auf dem Wasser. Da kann keiner kommen. Das ist wirklich ganz was Schönes. Und da lege ich euch auch wieder ans Herz. Geht's raus. Kauft euch ein Kajak oder Packraft. Falls ihr ein bisschen so rum. Ist es wirklich schön. Okay. Man kann auch Ecken erkunden. Die wo man so nie sieht. Und vor allem sieht man Natur. Und die Flora oder Fauna. Sagen wir mal so. Die Tierwelt. Von einer ganz anderen Perspektive einmal. Das ist richtig cool. Okay. Dann zeigen wir uns hin. Bei der anderen Insel. Ich würde sie noch ein bisschen das ganze beobachten hier. Ich stehe auch recht gut mit dem Wasser. Sehr schön. Also bis gleich. Ich stehe über Tochter. Wir sind hier. Das ist religion. Das ist ja echtes Martin. ing Denn zum Sommer 2014. Wie đischer Jan der A Every час. AlsIC-Gesuche. Untertitelung des ZDF, 2020 Man sieht jetzt hier vorne, ich hoffe, ihr seht es schön, da geht jetzt eine Strömung los, da muss man ein bisschen aufschauen, lassen wir es drunter treiben, da geht es ziemlich schnell drüber und drunter sind Steine, von denen sollte man schauen, dass man sicher steht und dann fahren wir da drüber, man merkt es erst schon, man zeigt es mich schon mit und das werden wir jetzt machen. So, los geht's. Ich habe gesagt, man muss noch aufschauen, da drunter sind ein Haufen Steine, das ist jetzt nicht tief, deswegen ist das jetzt so. Aber wenn man sich ein bisschen konzentriert, geht man da unbeschadet rüber und dann fahren wir mal an dieses Ufer da vorne, das ist auch eine kleine Insel. Das ist nämlich schön interessant und da werden wir ein bisschen verweilen. Die Seite probieren, da ist es ein bisschen schlecht, ist es noch ein bisschen zu tief zum Einsteigen. Da schaut es gut aus, wunderbar. Seht ihr das? Sehr schön. Da kann man schön landen. Das ist auch ein guter Tipp, wenn man sich das Paddel hinter sich her legt und man stützt es hier aufs Land und aufs Kajak. Stützt sie hinten mit die Arme ab und steht auf. Somit steht es schön stabil und man kann unbeschadet aussteigen. Das ist wirklich schön hier ruhig. Man hört das Plätschern beim Wasser da. Da kann ich noch ein bisschen üben. Da kann ich ein bisschen in der Strömung fahren. Das sollte man auch ein bisschen üben, weil ich bin, wie gesagt, kein so ein geübter Kajakfahrer. Und da, die Zunge hier, perfekt. Da wirst du ein bisschen verweilen und wir das Ganze auch ein bisschen genießen hier. Um das geht es ja auch ein bisschen raus und genießen. Das Wasser ist auch da schön klar. Da wird es ein wenig tiefer. Man sieht es hier. Wirklich schön. Wenn alles schön grün ist im Sommer, ist das ganz toll. Dann kann man ein bisschen schwimmen gehen. Nicht schlecht. Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Vielen Dank. 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 Okay, dann lasse ich sagen, fahren wir weiter und sehen wir uns dann da hinten. Das schaut jetzt wirklich cool aus, wow, toll. Okay. Gut Wetter. Wirklich. Das ist das Wichtigste. Ich denke, das reicht zum Kochen. Perfect. Das ist hier drin. Hier haben wir hier. Hier haben wir hier. Das ist ja richtig. Und dann. Und dann. So. 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 Und die Bananen. Die sind schon fertig. Jetzt. So. 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 kühlen. So. 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 Most. So. Okay. und lassen wir uns das erstmal schmunten. Die ganze Geschichte. Mei, das schaut gut aus. ACH! Gott, schaut euch das an. Mein mir noch irgend Feuer nachschperren. Ob das nicht rausgeht, brauche ich noch. uh. Downo. Ach wieder beschissen. H Laurent store auf meine Sonnenbrille gesetzt. aber die ist schon mitbrochen muss ich wieder kleben kauft doch immer uns keine glaubt gar nicht wie gut das jetzt ist mit den Bananen so muss das sein super das ist schön meine Socken sind auch schon trocken gekocht habe ich die Buschbox habe ich schon einen Kühljob Feuer ausgemacht ich werde es ganz langsam zusammenpacken und dann werde ich jetzt über Donau aufwärts fahren weil ich werde jetzt noch eine gute Stunde zum Auto rauf fahren und ich möchte dann mal diese Seite wieder fahren und da werde ich auch noch ein paar Aufnahmen machen da sind nämlich schöne Hufer-Strandabschnitte drin auf der Seite traumhaft ok dann sieht man sich wieder im Kajak so dann hat ich gesagt legen wir ab geht die Reise weiter so ein Start hier das geht auch so und ab geht's Donau aufwärts das ist ja sekt's Platz verlassen, sauber so wie es sich gehört Feuer ganz komplett aus und dann paddelt man da rauf schaut euch das auch wie schön das ist da müssen wir gar nicht mehr in Urlaub fahren sag's ja immer obwohl jedes Land hat seine Reize das ist klar aber auch bei uns ist es wirklich teilweise echt ganz schön man muss ja wissen wo man hingeht so dann habe ich einen Checkmacher ich habe alles dabei alles klar schaut euch einmal diese schöne Abschnitte an traumhaft, oder? wunderbar wenn das Flugzeug nicht noch da wäre dann wäre es echt top und hier überall Lagerfeuerstellen und natürlich Müll ohne Ende wunderbar jetzt bin ich ganz schön paddelt da flussaufwärts an der Donau bin ja immer auf der Donau in den Altwasser wieder und wir jetzt hier noch ein bisschen Übungen probieren einfach nicht, es gibt eine Rolle oder so aber einfach ein bisschen rückwärts fahren ein bisschen wenden einfach ein bisschen ja mit dem ganzen auseinandersetzen dass ich da besser wäre weil so lange fahr ich jetzt auch noch nicht erst seit zwei oder drei Jahren ich weiß es gar nicht genau ja aber auf jeden Fall war das ein toller Ausflug wieder einmal ich freue mich auf weitere Kajaktouren demnächst geht es aber wieder im Wald weil da geht man schon wieder ab bin zwar jeden Tag im Wald aber ich muss wieder einmal drin schlafen jetzt unbedingt ich hoffe dass es mir jetzt ausgeht und für euch oder an euch hoffe dass euch das auch mal gefallen hat so ein bisschen mit der Vlog-Kamera unterwegs sind wir sind einfach einmal ganz was anderes das ist auch für mich ganz anders zum Filmen und ich weiß auch noch nicht genau wie das ist alles verbessert nicht professionalisieren sondern einfach das ganze ein bisschen verbessert dass das auch anschaulich wird das ist für mich auch absolut Neuland aber es macht mir brutal Spaß und ist natürlich mit so einer kleinen Kamera viel einfacher ganz klar und ihr seht auch wie gesagt andere Perspektiven einmal das ist auch richtig cool ja lasst ein paar Kommentare da was ihr verhältst von dem Ganzen würde mich mal interessieren was ihr dazu sagt und wie ich am Anfang schon auf dem Video gesagt habe es kommen wieder normale Videos so mit Atmosphäre und so weil das ganze für mich sehr wichtig ist dass ich meine Message weitergeben kann und da muss ich mit einer professionellen Kamera arbeiten und die GoPro ist ja jetzt nicht unbedingt professionell also da kann man nicht wirklich viel machen damit ok dann will ich noch ein bisschen rum experimentieren hier und hoffe dass ich nicht reinfahre wenn ich reinfahre ich filme es habe ja den ganzen Winter auch trainiert Eisbaden also von dem her halte ich es aus kann mich verhalten gut verhalten dass ich mit der Situation umgehen könnte ist noch sehr frisches Wasser ich denke dass es da ungefähr so 6-7 Grad haben wird und ja das geht schon ein paar Minuten alles klar dann sagt der Weitler jetzt Servus und schön dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder wie gesagt lasst einen Kommentar da macht es gut bleibt anständig ehrlich das sage ich euch immer wieder das ist wichtig so kommt noch weiter in einem Leben morgen zumindest aber nein stimmt schon also macht es gut Servus